Du bist voll. Nein, du. Du bist in die Spiele 1. Achso, ich finde ja. Denkst immer noch an vorhin. Ah, fängt ja gut an. Finde ich wirklich. Also finde ich auch, dass es gut anfängt. Ich habe mit dem Torrad dir den Ball weggenommen. Nein! In den ersten paar Sekunden habe ich das Tor gemacht. Kannst du mal aufhören? Das ist schon nervig. Äh, nein. Das nennt sich Fußball. Äh, doch. Das nennt sich nervig. Oh, das Quietschen. Das ist lahm. Hä? Ich bin hingesprungen. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, das ist... Ja, der ja. Ja! Nein, nur weil ich extra zu dir gehen wollte. Das war sogar ein richtig hübsches. Das war ein Classic, Digga. Ich bin so schön da durchgekommen. Ich bin so schön da durchgekommen. Mir egal. Ich hatte den Torwart vorsprungen. Ich bin noch hingesprungen. Ich bin noch hingesprungen, ey. Nein! Doch! Ja! Alter, wieso quietscht der so? Competition pro! Die Competition daran ist, den Lärm zu ertragen. Nein! Du hast gedacht, ich hübschrig, oder? Äh, lol. Ich hab ja. Äh, nein. Äh, doch. Nein! Scheiße. Danke für spielerecksel. Doch! Ambo! Den Ball raus! Ey, rück du doch den Ball raus! Das ist aber nicht erlaubt. Wie hab ich denn das gemacht? Hab ich dem Torwart einfach den Ball weggelassen? Ja, hast du! Erlaub den Torwart. Gut, dass es keinen Cheering gibt in dem Spiel. Man darf den Torwart nicht den Ball wegnehmen. Schiri hat nichts gesagt. Es gibt keinen Schiri. Jetzt erst 3, du Wix. Nein. Doch. Spieler? Ach ja, immer noch der da oben. Ich hab ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht auf den Torwart gewechselt hat. Danke. Danke. Hallo. Schade, ich hab gehofft, die kommen so ins Tor. Wir sind so weit gekommen, weil ich nicht wusste welchen Spieler ist der Torwart. Ich weiß. Ich aß an den! Okay, ich muss kurz gucken, wie herum ich gehen möchte. Gehe ich hinter mich? Ja, ich gehe hinter mich. Nein. Scheiße. Die Planung hat gut funktioniert. Das war ein Ablenkungsvers... Nein! Dein Planung hat gut funktioniert. Es ist ja so ein Ablenkungsverschirm. Nicht so ein Ablenkungsverlust... Es ist tatsächlich ein Ablenkungsverlust und eine Ablenkungsverlust. Nein, ich hätte so gern noch das Tor geschossen. Jetzt schießt er endlich. Was ist denn hier nicht mehr rein? Ja eben, deshalb sollst du auch dieses Jahr ohne schießen. Du musst zurück. Ich weiß. Aber auch erst mal an. Okay. Es wird nur schlimmer, wenn du die Hand sehe ich hier hoch hinlässt. Echt? Oh, schade. Wäre ich nur weiter nach links gegangen. What the fuck? Ja, Siggi! Siggi? Siggi der Drasentäter, ja. Äh, Leute, ich hatte mal. Hatte, aber auch. Habe meine ich. Zu zeigen. Arbeite daran ist zu Ende. Nein! Nein! Verpitz dich. Ja. Komm, Torwart. Nimm! Nimm! Schisser! Haha! Haha! Nein! Ich weiß nur so, dass ich weiterkomme. Nein! Oder doch nicht! Scheiße! Oder doch! Scheiße! Gut, dass wir beide absolut wissen, was wir hier machen. Wir haben hier schon zwei Minuten verspielt. Lass mal kurz auslaufen. Ich muss nicht laufen. Haha! Anscheinend? Nein, nein! Gar nicht, oder? Nein! Ich dachte, ich mache es noch ganz heiß. Und wie drösst? Wäre das? Reinlaufen. Ich habe ganz heiß gemacht. War noch fast dran, ey. War noch fast dran, ey. Ja, aber auch nur fast. Nein! Du musst es genau, dass ich nicht im Tor stehe. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe nur gehofft, dass der reingeht. Nein! Ich habe nur gehofft, dass der reingeht war. Nein! Meins. Deins? Nein! Maine's! Doch nicht! Nein! Nein! Maine's! Reden wir jetzt von der Stadt Mainz oder oder vom Mainz? Ja, das tut so weh. Das Tor? Nein, nein, Spaß, meine Finger natürlich, was denkst du denn? Ja, ist schon klar, dass du die Finger meintest, aber das hat zu schön gefasst. Hä, wo war mein Tor? Wo ist mein Torwart? Du hattest schon die Kontrolle, du bist zwar rechts gesprungen. Ja, ich weiß, dass ich die Kontrolle hatte, aber mein Torwart war nicht rechts, ich hab geguckt. Ah, der war mies. Nee, der war mies, nein, war er nicht. Nur für dich. Nein! 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 Okay, das war jetzt echt. Kannst mich machen. Hä? Hä? Das ist unfair, bei dir hat es auch gezählt. Der war am Pfosten scheinbar. Das ist so unfair. Bei dir zählt es auch, wenn der außerhalb vom Tor ist. Bei mir zählt es nicht, wenn der am Pfosten ist oder was? Scheiße. Martin. Wie soll ich drei Tore in der Minute machen? Ja, hoffentlich gar nicht. Wenigst, hoffentlich machst du gar kein Tor. Sonst hast du nämlich zehn. Scheiße, wenn man vom Teufel spricht. Hahaha, stand live, stand live. Im Inneren bin ich nicht mehr am Leben. Nein! Ja! Egal, wie soll ich drei Tore in 29 Sekunden schaffen? Am besten gar nicht, oder was? Was? Nein! Verdient. Geil! 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 Jetzt versau mir doch nicht das Elfter! Doch, gerne sogar. Nein! Nein! Egal, du wirst es eh nicht mehr schaffen. Ich lass dich sogar durch. Geil! Du hast ihn sogar über mich fliegen lassen. Egal. Puh! Noch eine Runde? Ja! Geil! Du hast ihn aber nicht mehr verstanden. Jäger und ich gucke dich dort für dich.